willkommen hier zum nächsten projekt auf youtube ausgerottet das thema sollen gesellschaft sein und jetzt noch mal bitte laut und deutlich um was es heute geht dankeschön es geht um gesellschaftsregeln und adammte arschlöcher die auf der rolltreppe immer links stehen bleiben genau das war der aufhänger schlechthin ja also ich weiß ja ich muss jeden tag mindestens zwei rolltreppen nehmen bevor ich im büro bin und ja ja so egal wie viele leute draufstehen ob drei oder 300 einer von diesen idioten schafft es immer auf der linken seite zu stehen ja ja das ist es steht ihr links und rechts geht man es steht man nicht geht man nicht geht ja meine ich ja so geht es doch schon los stimmt ja ja wann war es ein links stehe wann war es wahrscheinlich so wenn so eine rolltreppe volle steht er erstmal davor muss überlegen muss du dich jetzt nicht oder rechts obwohl schon alle rechts am stehen sind nein 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 ich glaube ich muss links hin ja ja ich müsste das links welcher sehe ist ja frei ja ja genug platz für dich ja ich meine wenn die links nicht gegenseitig ne also ist das ist hier aber youtube mobbing okay ich meine wenn die wenigstens sich langsam fortbewegen würden das würde ich ja noch verstehen so ein altes immer können die links geht die braucht halt vielleicht einfach dementsprechend ihre zeit aber das ist ja typischerweise so diese diese 14 jährigen ghetto mädels die unbedingt neben ihrer besten freundin stehen müssen um sich darüber auszutauschen keine ahnung welcher masker das sind das sind gar nicht die schlimmsten dann sind halt die wenn du so ein so eine hast wenn man denen was sagt dann kommst du an den vorbei weil dann bewegen sie sich normalerweise oder die sind halt nicht so schwer zu drücken was das entweder irgendwelche fette leute wie sagen die haben 80 kilo übergewicht weil ihre schilddrüse kaputt ist oder schilddrüsenerkrankung dann oder habe ich an irgendwie halt so alte menschen halbrentner irgendwie so 50 plus so die auf der linken seite stehen und die auch nicht reagieren wenn du die von hinten ansprichst du rührst wegschieben willst dann schmeißt die halt mal runter ja so ist das wenn ich im stress bin dann brügele ich mich dadurch eigentlich in der regel ist eine rolltreppe gleich durch die ganze rolltreppe das ist ja ja durch die ganze rolltreppe ich komme dann unten wieder raus durch den fahrstuhl dann immer ich bin gut jetzt jetzt kann man jetzt kann man immer egal ob jetzt dicke jugendliche blonde mädels jungs was auch immer ich meine es gibt ja tatsächlich zwei arten das sind die die schneiden dass du vorbei willst die machen platz und es gibt diese beratungsrenitenten harzer die ich wollte jetzt einfach noch das nächste klischee mit reinbringen die die einfach konsequenter stehen ja und da schiebe ich mich auch vorbei also da fahre ich auch die ellbogen aus naja du kommst doch auch nicht schneller voran ob du rechts oder links stehst aber die gesellschaft halt die die unausgesprochene regel und die war für mich schon immer ausgesprochen bevor ich wusste dass es ja tatsächlich unten an der rolltreppe sogar dran steht es war für mich immer durch die norm auf der rolltreppe klar hey rechts pflanzt du dich hin wenn du zeit hast und links ziehst du dran vorbei so ist es so ist es nur es wird keine rolltreppen ja noch gar nicht viel gesagt ja ich hab's momentan nicht mehr nötig rolltreppe zu fahren da ich nur noch auto benutze du wirst getragen nein ich hoffe sie kann da wo ich hin muss gibt es keine rolltreppen nicht nein in die matrix genau in die matrix das heißt du hast du hast keinerlei situation wo du mal über eine rolltreppe muss momentan nicht gehst du denn nicht wenn da bist du ein einkaufscenter oder unsere einkaufscenter beinhalten keine rolltreppen dann bist du nicht in großen einkaufszentren sich aufsuche jeden zb offenbach weiß ich in der nähe von bahn ist ein größtes einkaufscenter ich wohne nicht in offenbach ja das glaubt ihr keine heilige einkauf ist immer noch schlimmer ist diese links steht mir gerade so ein sind tatsächlich leute die unbedingt mit dem kinderwagen die rolltreppe rauf müssen wenn die kinder waren oder das gibt es eigentlich nicht so oft diese kinderwagen dann leute die einen koffer dabei haben ja und den neben die stehen haben ja 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 wobei uns geht das reise koffer aus oder von einem akten koffer denn reise kommen die reisen richtigen reise koffer so 70 zentimeter ding wo du es halt auch nicht hinkriegt den rüber zu steigen weißt du da würde ich am liebsten wenn ich nicht selbst im weg wäre griff dem und den nach unten werfen aber ich bin ja selbst im weg den koffer oder den übeln beide also dass das ist nach den kinderwagen was ich sehr häufig erlebe dazu muss man wissen dass meine firma direkt in bahnhofs nähe ist spricht die station wo ich morgens aus den öffentlichen verkehrsmitteln steige ist bahnhof und erfahren unsere s beziehungsweise u-bahnen halt unterirdisch und da muss ich mindestens zwei rolltreppen rauf das heißt koffer sind da schon ja und dann ja ich steig jeden tag am frankfurter flughafen aus warum was meinst du ja weil ich da arbeite bis jetzt doch noch stewardess geworden oder ja ja klar okay das gar nicht so weit von meiner arbeit entfernt der frankfurter flughafen ich sehe mal die flugzeuge losfliegen von mir aus tatsächlich mit z ist ist eigentlich tatsächlich dieses rolltreppen viel ausgewachsen wo ordnungsamt oder ähnliche strafe behörden strafzettel für ausstellen können als für jeden scheiß kaugummi auf die straße spucken oder was kriegst du in jeder verfickten stadt ein knöllchen aber hat schon mal jemand erlebt dass das ordnungsamt auf der rolltreppe für ordnung gesorgt hat ja leider nicht glaubt nur wenn du mutwillig den notaus ziehst ja eigentlich müsste man aber machen wenn du siehst hat die ganzen pfosten auf der linken seite stehen einfach mal unten den notausknopf ja ja stimmt stimmt ja jetzt sie zu wir klar kommt jetzt lauf der gefälligst alle dann das domino day mit dem kopf war das ist ein richtiger traum anblick wie die alle nach hinten umkippen also in der domino effekt der koffer gibt oft hat immer können auf der linken seite die gerade den kinderwagen hinter sich hat und ja das problem bei uns ist das an der scheiß verfickten bahnhof halte stelle auch noch dauernd die fahrstühle kaputt sind also schon seit fünf jahren erstgehend das heißt treppen laufen wir jetzt gar nicht ein naja weil ich auch beschreiben läuft rolltreppe laufe ich auch hoch ja so schlimm den reichländer oder als ich noch mal rolltreppen die im betrieb sind hochlaufen ist halt nicht schlimm die stehen finde ich schrecklich zu laufen und weißt du eine ganz normale treppe die stufen sind deutlicher sein aber du hast du hast einen anderen stufen intervall das ist das ist tatsächlich anstrengender weil die stufen höher sind und natürlich auch breit also tiefer aber ich finde das ordnungsamt sollte der hart durchgreifen jeder der jahr steht direkt mal hartzvier sperren ja das sind hartzvierler leute die dementsprechend auch hartzvierler sind also laut laut war sind alle die rolltreppe blockieren fette schilddrüsen kranke menschen mit übergewicht wenn du ein selbstständiger schichtarbeiter bist beziehst du ja gar kein hartzvier ja das nicht aber so viele leute gibt es davon ja nicht die tummeln sicher legen wollen mittelsen sagen wir es ist klischee übergreifend ja also ich bin ich bin der meinung sind die flüchtlinge jetzt haben wir auch sämtliche sämtliche klischees abgegriffen wie das video kriegt direkt mal drei strikes auf einmal meine bilder wort die rassistentrommel rausgehauen welche rassistentrommel nein gar nicht halt nur die wahrscheinlich dass flüchtlinge zum bahnhof wollen für sehr wahrscheinlich und das dadurch natürlich eine gewisse unverständlichkeit sind das flüchtlinge die dahin wollen aber es ist ja das das ist das ist aber auch echt was was ich was ich nicht begreife es gibt ja so ein paar klamotten da macht man sich auf facebook auch mal mit verschiedenen bildern und sprüchen drüber lustig genauso wie diese bei der bettäcke knopfleiste nach oben nun mal ne es gibt ja tatsächlich leute die schlafen so ja das stimmt kann ich nicht bin ich zum kotzen ja noch mal wie schlafen die also bettbezug hat ja entweder eine knopfleiste oder ein reißverschluss also das wo du das ding zu machst nachdem deine mutter die bettäcke reingepackt hat ja so und es gibt leute die haben das am hals ach so das meinst du also quasi der reißverschluss und die knöpfe gehören ans fußende also ne 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 da gehöre ich zu dieser gruppe die die halt am hals hat echt ja ja das finde ich nicht achte da gar nicht drauf ich krieg da er sie bin kommt ja schon mal fordert man sich hinweg nur die decke liegt nun mal irgendwie falsch rum auf dem bett oder so wenn man vor drin rumgewühlt ist oder so und da kriegt die kretze wenn er falsch rum ist bei knöpfe einfach so wie es kommen bei knöpfe das auch nicht so schlimm wie bei diesen bezügen mit reißverschluss ich habe immer nur solche wo die reißverschlüsse so ganz zart sind wenn ich den ins gesicht geklatscht bekomme spüre ich das nicht wenn ich den ins gesicht klatscht würdest du schon spüren so was gibt es denn noch für merkwürdige regeln wenn die rolltreppen regeln wie gesagt für mich die bett decken regel jetzt ist wirklich die gesellschaftsregeln doch ich finde das ist eine gesellschaftsnorm ist das so ja und du verstößt dagegen ganz klar ja also ich könnte nicht mit dir in einem bett liegen ja sei denn es sei denn wir haben getrennte bett decken ja nie das zerstört ja jede romantik ich glaube ihr trifftet ein bisschen ist das so da sogar könnt ihr ja noch mal eine eigene entspricht diese unterhaltung nicht den gesellschaftsnormen esel ja ich rede wir sowas bist du nicht achten integraut fremd vor schwingt ein leger rtn bombe gedruckt okay jetzt wird zurück wir drehen wir drehen das ganze jetzt noch drei vier minuten zurück die andere gesellschaftswegen wir sind zum beispiel auch so sachen wie lautstärke öffentlichen verkehrsmitteln oh ja die drehe ich immer so laut dass mich jeder hört ich liebe das wann wenn ich vom bahnhof los fahre ich dann drehe ich nochmal extra laut ich finde es ja nicht schlimm wenn leute sage ich mal telefonieren im zug oder wenn sie musik so hören dass man es ein bisschen hört ich finde es aber absolut ekelhaft also diese menschen sind ekelhaft wenn die im zug halt wirklich schreien so miteinander oder irgendwie kam mit mutti am ende telefonieren 80 dezibel denn wirklich so gar nicht mehr wissen dass da andere leute sind ja okay so was im zug und im bus kann ich auch nicht abhaben da will ich eigentlich wenn will ich meine ruhe haben oder wenn jemand mit mir dabei ist ich mich halt ganz normal unterhalten können so dass nicht noch das gespräch von jemand anderem mithören muss na ja zumindest sollte das gespräch von jemand anderem nicht deins übertönen wenn derjenige telefoniert du beschwerst dich ja auch nicht wenn sich zwei leute unterhalten in der vernünftigen lautstärke deswegen ja das ist es halt die telefonieren manchmal finde ich das ganz interessant ich stelle mir dann vor was quasi der gegenpart immer sagt und da kommen ganz interessante gespräche warum letztens eine leilende oma da drin gab die die mit irgendeinem telefonieren sie über ihr leben beklagt hat nachher oder ich frage jetzt mal nach ob das in ordnung oder ob suizid schon droht oder so ne weißt du weil ich folgende situation ich fahr halt zum frankfurter flughafenbezug sitze ich da morgens morgens 7 30 etwa pendelfahrt ne ja dann sind da zehn meter entfernt in zwei vierer sitzen mallorca touristen die bier getrunken haben ich finde ich schon wer bier in dem zug trinkt der sollte auch am besten vorm zug stehen und die haben sich über ihren zukünftigen oder so unterhalten so richtig weißt du wie du dir halt ein dumm mallorca touristen vorstellt wir gehen dahin saufen und voll und ja 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 genau genau so etwas war das und dann die haben wir das war richtig schlimm das war richtig und das ging die ganze zeit so morgens halb acht abgesehen davon dass ich finde dass man nicht morgens um halb acht schon besoffen sein muss ja das auch und es war halt nicht nur diese leute hat er halt auch dieses niveau vom gespräch das ist halt wirklich so ging ja ich hole mir da eine vom strand und dann schleppe ich die ab dann fick ich die im hotel erst mal so war das das sind die die dann drei wochen lang das im hotelzimmer rauskommen weil teilweise angst haben anderen menschen zu begegnen ist ich habe da richtig die ich wollte mich umsetzen aber ich saß das war schon am ende des zuges allgemein aus so niveaulose gespräche selbst wenn die normalen leute gesehen die triggern mich auch immer richtig ist das geht eigentlich also so lange so lange das niveau nicht auf andere fahrgäste übergreift da habe ich so ein bisschen eher gefühlt also was ich überhaupt nicht mag ist wenn wenn irgendwie wenn du mit christ das jugendliche andere auf eine sache schnell auf dem kicker haben und sich darüber ja genau aber wieder sind es die bösen jugendlichen aber auch in bahn ist das meiner meinung oder in öffentlichen verkehrsmittel wird da viel zu wenig gemacht die kontrollieren zwar die tickets oder die idioten mal rausschmeißen machen wir auch nicht naja weil solange du ein ticket hast ist das interessiert die dann ja nicht weiter wie fahrt komfort ist den gibt es eh nicht bei der bahn bei uns regelmäßig so bahn razzien voll bescheuert in die scheiß bahn morgen sowieso schon man muss dazu sagen die bahn mit der ich morgen zur arbeitfahrt wird liebevoll bei uns orient express genannt ja wir müssen halt durch durch zwei oder die fährt halt direkt durch zwei stark ausländer besiedelte stadtteile deswegen höre ich auch morgens in der bahn tatsächlich nicht viel deutsch und dann ist so gegen zehn minuten bevor meine tour quasi endet machen die hin und wenn man so eine razzia weißt du dann stürmen direkt so sechs kontrolleure durch die türen rein kontrollieren alles und jeden die bahn fährt auch nicht eher weg bis die deppen da fertig sind und dann bist du morgens eh schon knapp dran die bahn braucht stundenlang und dann kriegen die nicht mehr auf die kette da vernünftig zu kontrollieren da wird noch diskutiert wegen tickets und nates das ist ein anderes thema da kann ich mich noch mal zwei stunden aufregen so alter ja leute die darüber diskutieren wenn die ein ticket nicht haben du hast kacke gebaut selbst wenn du hundertmal sagst ja die bahn fährt auch wenn ich kein ticket kaufe ist scheiße ja aber ein ticket trotzdem also ich mich hat damals ist asche auf mein haupt ich stand wegen schwarzfahren schon vor gericht und da meinte der anwalt auch so und da wollen sie zu ihrer verteidigung was sagen was soll ich denn machen ich hatte kein dick ist halt gut war eine bescheuerte situation ich musste morgen zum sonntag zur kaserne und hatte mein ticket nicht dabei und hat nur 50 euro schein und finde mal so ein automaten der dann dinge gut das war dritte oder vierte mal ja und dann sagt er ja wollen sie wollen sie irgendwas dazu sagen ist auch solches groß was ich sagen es gab drei kontrolleure die gesehen habe ich kein ticket hatte ich sag bringt jetzt nichts wenn ich da leugne und und den main-eid schwöre hier oder wird ja ja aber wir sind schon wieder so ein bisschen vom thema abgekommen oder mal ja okay ich habe noch drin was zum zug bei uns in der ausbildung also zu meiner ausbildungszeit was immer so dass ich gegen fünf um morgens immer mit dem zug so fahren musste damit ich pünktlich halt ankomme und da war im prinzip so eine allgemeine regel dass um diese uhrzeit zug nicht geredet wird weil da sind die leute die direkt früh zur arbeit müssen in die frühschicht oder die die grad vor der nachtschicht wiederkommen und die wollen halt ihre ruhe haben beim zug fahren und sobald wenn zu laut da geredet hat wurdest du halt auch von den leuten da wirklich angemacht dafür dass du dich mit jemand unterhält und da ist im prinzip einfach allgemeine schlafenszeit habe ich mir auch gedacht seid ihr ein bisschen am arsch was gibt euch das ob ich rede aber dann als ich selber angefangen habe zu dieser zeit zu schlafen dann hat mich das auch übelst abgefuckt so weit und angefangen hat da so zu reden das kann ich teilen sogar noch nachvollziehen oder morgen sowieso noch voll fertig und ausgeschlafen sitzt am schlimmsten finde ich wenn die leute dich dann direkt ansprechen ja genau wenn jetzt dieser gruppe menschen gehört nicht die angesprochen werden das kann ich aber noch nach wobei das ja tatsächlich so eine unausgesprochene regelung ist was was nirgendwo in das ist so schweigen gilt als zustimmung ich rein halt die fresse mit dem maul aufmacht schmeiße sie raus ja und sind wir damit durch aber das ja eigentlich schon oder schweigen wir jetzt gerade einfach nur ja ja wir stimmen ein dann dazu okay also an der stelle nachtruhe fassen wir noch mal zusammen nach der allgemeinen ansicht dieser drei konstellationen hier sind links rolltreppen stehe also fette übergewichtige alte menschen mit koffern und kinderwagen die hartz 4 beziehen und sagen sie hätten eine schilddrüsen erkrankung genau genau schilddrüsen erkrankung ich möchte anmerken dass ein großteil der klischees von mann war kam ja das sind keine klischees die die wahrhaftigkeit oder reißverschließleiste einer bettdecke gehört nach unten außer man möchte mit mann war schlafen ohne esel erwartet dass man morgens in der bahn die fresse hält ist das nur der kontext mit dem wir hier rausgehen können ab so 7 8 schon so vor dem fünften kaffee bitte nicht ansprechen ja aber trotzdem darf man nicht über seinen zukünftigen mallorca-urlaub reden genau und die urlauber sollen bitte gefälligst eigene öffentliche verkehrsmittel bekommen ja so wenn wir das war wieder eine total konstruktive und wissenschaftlich unter unterhaltung mit euch zwei vielen dank an euch zwei und vielen dank fürs reinschalten haltet die ohren steif und jetzt dürft ihr noch eure berühmten letzten worte loswerden war lustig ich muss mir aufschreiben das kann ich nicht einfach mit war lustig der medel soll einen und nicht halten teilen meine ich ja die nächste folge dann einen oder spalten oder einspalten einen einen meinetwegen auch das so oder reingeleute